Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Test Brumble the Mountain King. Ja, ich teste es noch. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich draußen das Blame mache. Das ist noch so ein... Danke. Okay. Was, ist das jetzt kaputt? Ah, ich boah, Licht. Dann gehe ich halt hier lang. Was ist das denn? Warum ich jetzt gerade still bin? Es ist jetzt die größte Konzentration hier, wie gesagt. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich habe keine Ahnung, was für die Viecher das jetzt waren. Ich bin anscheinend die erste Person. Was getan? Oh, dafür. Knapp, yes. Yes, 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 yes. Ja, noch größer die Federmaus. Was? Oh, ich finde die süß. Ich mag die Dammhäuser. Oh, sind die niedlich. Ich hoffe, die tun ziemlich nix. Die laufen erstmal nur weg. Was? 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 Ich hab keine Ahnung, was da unten auf mich lauert. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Oh, da lebt noch einer. Hi. Alles gut. Ich hoffe, ich reise. Tut mir leid. Wollte ich nicht wecken. Wir sind durch Zufall hier gelandet. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich dich hier retten kann. Ich gehe aber trotzdem. Ja, ne? Oh. Wie ich es mir dachte. Das war das, was ich... Da war noch mal ein Spiel gewesen, das ist so ähnlich wie das hier, auch so eher die nord-norwegische Mythologie. Mitten im Geist, der im Wasser saß und etwas vorgespielt hatte und daran hatte ich mich erinnert. Und das ist das, was uns jetzt auch gerade passiert ist. Irgendein Viech im Wasser, was meistens so auf den Stein sitzt oder so, hat uns etwas vorgespielt. Und wollte uns ertränken, entweder das oder hier in die Höhle halt locken. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Ich finde Norwegen toll. Ich möchte nach Norwegen ziehen. Und das mache ich jetzt ernst. Also ich möchte wirklich nach Norwegen ziehen. Das hat aber nichts... Ich will mir das wesentlich länger angucken. Ja, auch treu fallen, den ganzen Hitzpupfer. Ich glaube, dem Vieh ist es so ziemlich wumper, was es frisst. Oder was es ertränkt. Ich glaube, das ist so ziemlich wumper. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir bleiben nicht stehen, um Fanny anzuspielen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Okay, alle vier Sekunden. Ich traue mich jetzt auch nicht zu laufen. Das Ding ist doch mehr wie viel weg von mir. Das machen. Nein, nein, nein. Das war doch klar gewesen. Ah, Mensch. Zumindest fang ich mich hier wieder an und nicht von vorne. Ein Vorteil. Nein, wir schleichen nicht dahin. Ja. 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 Warte mal ein paar mal ab, das ist echt sinnvoller. Warum will eigentlich einen im Wald alles töten, was einen sieht, das frage ich mich schon die ganze Zeit. Warum? Bis auf jetzt der Froschkönig und der Riese, aber alles andere und die Gnome halt nicht, aber so die meisten Viecher wollen eigentlich einen rot sehen. Das ist schon verarschend. Ach Mist, ich habe es nicht rechtzeitig dahinter geschafft, so doof. Ich glaube der ist auch auf uns. Ich fahre den nächsten Felsen ab, Entschuldigung. 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 Ernsthaft? Oh Gott. Boah, ich traue mich das echt nicht gerade. Oh Gott. Oh Gott. Mann, das Vieh ist echt sauber auf uns. Aber es ist mir doch nur ein kleines Kind. Ach, Mann. Ja, zumindest fangen wir hier an. So ein unpassender Moment, deswegen. Warum läufst du denn da hin? Voll Depp-Kind. Mann. Ich habe also verstanden, das nervt mich noch mehr. Das ist doch doof. Die Steine da bringen null. Das ist doch so cool. Bin ich durch? Und wieder im Wasser. Da wollte ich ja schon immer hin. Ins Wasser wieder. Da, wo das Viech erst recht Macht hat. Ins Wasser. In his past life, Nekken was a simple man that loved playing his violin. But the village did not appreciate his talent. People would frequently bully him. And the only soul that did not was a girl that Nekken fell in love with. One day, the bullying and beatings became so severe that Nekken's anger finally overtook him. He marched into the village, playing forbidden melodies that made everyone dance until their flesh and bone got worn down. They eventually died, leaving behind shuffling corpses, still trying to dance to Nekken's melodies. His love was not spared death either. Devastated. Nekken left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow. Where he still lost people with his deadly music. Tja. Hat man sozusagen einen Mann dazu gebracht, böse zu werden und zum Dämon zu werden oder zu einem bösen etwas. Weil man halt nicht aufgehört hat, diese Person zu mobben. Und was hat uns das? Mobben ist einfach scheiße. Tut keinem gut. Niemanden. Wirklich nicht. Muss auch nie sein. Okay. 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 Und jetzt habe ich gerade tagsüber, wäre ich wenigstens mal in Sicherheit. Nein, natürlich nicht. Steine. Moment, ich klatsche dagegen, wenn ich nicht aufpasse. Lass euch doch, ich klatsche dagegen, wenn ich nicht aufpasse. Mann! Ah! Mist. Wie irgendwo wollt ihr die Stelle machen? Ja! Ein Wasserfall. Wer ist so haptisch? Ja, wir haben jetzt gegenüber Necken es geschafft. Necken nicht! Aber dafür ist sie mir ganz schön angeschlagen. Du schaffst das, Ulle. Du schaffst das. Ich bin wahrscheinlich ohnmächtig geworden und jetzt im Traum. Ich brauche hier alles. Ich gehe direkt auf, dass alles nur ein Traum ist. Wirklich. Wir haben unser Steinchen hier in der Hand. Vielleicht mache ich doch ein Let's Play draus, aber verspreche ich nicht, dass es regelmäßig rauskommt. Weil ähm... Ja. Es nimmt halt dann doch ein bisschen mit. Oh no, so ein bisschen. Ja. 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 ARD Text im Auftrag von Funk Das ist doch nicht unsere Schwester, oder? Das ist jemand anders. ARD Text im Auftrag von Funk Tuva war eine Lichter in der Dunkelheit. Sie hat seine Herz mit Courage, und die Stein mit ihrer Radiance. Da frage ich mich, was da mit ihr ist. Also warum sie da bleibt und keine Angst hat. Oh, ein Elsch. Ouch. Gibt es auch bei Trollen? Wenn sie mir zu nahe kommen, einfach mal Blitz-Dingst. War doch mal was, oder? Ich glaube, das kostet mir keine Energie, ey. Ja, okay, doof finde ich es nicht. Ich finde es eigentlich verständlich nicht, dass mir halt sofort Sterben irgendwas ist. Aber ich kann es auch verstehen, weil es passiert ja eigentlich dann auch wirklich, wenn man da irgendwas macht. Ich bin zu realistisch, ey. Ich bin zu realistisch, ey. Okay. Okay. Ach, jetzt fängt das schon wieder an. Oh, Menno. Ja, direkt hier hinten dran. Ich bin zu realistisch, ey. Ich habe zumindest ein paar Minuten Zeit. Ich warte nochmal einen Moment. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, er blügt die Nase. Und tschüss. Hier von vorne? Ich hätte wenigstens so ein Zwischending haben können. Nein, das muss wieder von vorne angefangen werden. Aber nicht mehr in dieser Folge. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.